Konnichiwa Kettys, hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer weiteren Folge von Brian Issen. Ja, er geht uns nicht aus und deswegen haben wir da noch viel, viel zu gucken, was wir gemeinsam reakten können. Und die Folge wurde mir wieder vorgeschlagen vom Minato Namikaze. Und das ist in der Folgenreihe, die er mir vorgeschlagen hat, die dritte Folge schon. Und wir schauen uns mal an, denn das ist ein sehr makabres Thema. Ja, stellt euch mal vor, ihr fahrt durch die Gegend, werdet angehalten von der Polizei und die Polizei guckt und gibt euren Daneinsatz. Moment, weil sie dürfen hier gar nicht rumfahren und ihr guckt an den Polizei. Wieso darf ich hier nicht rumfahren? Ich habe doch einen Führerschein. Blöde, sie sind für tot erklärt. Das wäre doch mal eine lustige Situation. Das ist hier einer, wenn ich das gerade im Anlaufen richtig gesehen habe, einer Dame passiert. Wohl, und wir wollen mal sehen, ob sie das Ganze auflösen konnte und wieder von den Toten zurückgekehrt ist. Dazu wechseln wir rüber in den Live-Bereich. Ihr seht jetzt erstmal nur schwarz Bildschirm. Ja, genau. Ja, ist halt so. Gut, gucken wir mal, was es damit auf sich hat. Frau Reinecke wollte eigentlich nur kurz tanken fahren, im niedersächsischen Georgsmarienhütte. Aber als sie die Tankrechnung bezahlen wollte, da... Ich war total verwirrt. Ja, da wurde ihr mitgeteilt, dass sie für tot erklärt wurde. Hey, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Tankwart. Und zu euch kommt eine Person, legt links drüber, ihr guckt nach und die Karte wird abgelehnt mit dem Hinweis, Person lebt nicht schwer. Aber sie steht vor euch und sie kann sich ausweisen. Und nachweisen, dass sie die Person ist, die auf der Karte steht. Lustig, oder? Also, auf gewisse Art lustig. Ich finde es eher ein bisschen bakabel sogar. Verwirrt, weil ich mir das überhaupt nicht erklären konnte, warum ich jetzt nicht bezahlen konnte. Zwei Karten haben nicht funktioniert und mir war das total unangenehm, weil hinter mir schon Leute standen. Ja, komisch. Kurz vorher im Supermarkt gingen die Karten noch. Ja, also, das ist jetzt... Also, das ist jetzt wirklich interessant. Jetzt überlegt mal, ihr geht einkaufen. Also, ich rekonstruiere jetzt diesen Fall auf euch projiziert. Ihr geht einkaufen, bezahlt, alles funktioniert. Ihr fahrt zum Tanken und plötzlich geht nichts mehr. Ihr seid also zwischen Einkauf und Tanken für tot erklärt worden. Lustig. Wie kann das so schnell gehen? Also, vor allen Dingen, wie kann die Bank so schnell reagieren, dass man... Da muss doch einer einen ganz bösen Scherz getrieben haben, oder? Frau Reinecke schaut gleich mal online in ihr Bankkonto und sieht... Oh, Konto gesperrt? Sie ruft sofort ihre Bank an. Was ist denn da los? Auf die Erklärung der Bank bin ich echt gespannt, wie das sich aufklärt. Also, vor allen Dingen, ob sie das wirklich wieder geschafft hat. Die arme Frau kann ja nichts mehr machen. Ohne Bankkonto ist man hier aufgeschmissen. Ich habe mit der Dame von der Bank telefoniert und die sagte dann mit einmal, oh, ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Und dann habe ich auch erst gedacht, was ist mit meinem Konto passiert? Und dann sagte sie, ja, Sie sind uns als verstorben gemeldet. Wer meldet sowas an die Bank weiter? Das macht doch eigentlich das Gericht. Also, ich hatte ja hier im weiteren Familienkreis vor einiger Zeit einen Todesfall. Und da war es so, ja, das Gericht, die Bankkonten gesperrt bis zur Testamentsüberprüfung oder Eröffnung. So, dann konnten die mit dem entsprechenden Bescheid vom Gericht wieder freigeschaltet werden, um halt das Geld zu transferieren und dann entsprechend oder umschreiben zu lassen, dass entsprechend die Erdberechtigten auf das Geld Zugriff hatten. So, aber das Gericht muss doch einen Nachweis darüber haben, dass die Person tot ist. Man kann doch einfach zum Gericht gehen und sagen, hier, da ist jemandjenige gestorben, bitteschön. Hä? So einfach geht das doch gar nicht. Oh, und nun? Ich habe dann gesagt, wie kann ich denn jetzt beweisen, dass ich lebe, weil ich brauche ja das Geld. Ich habe ja jetzt überhaupt kein Geld zur Verfügung. Sie soll ihren Personalausweis einscannen und der Bank schicken. Als Lebensbeweis. Moment, Moment. Der Personalausweis gilt als Lebensbeweis. Das ist doch völliger Unsinn. Weil wenn ich den Ausweis von einem Toten habe und kopiere den, ist der doch auch nicht wieder lebendig. Und nur weil ich den Ausweis kopiert habe. Hä? Sehr ulkige Sache. Sie kommt zwar wieder an ihr Konto, entdeckt jetzt aber. Ich habe dann gesehen, dass meine Witwenrente aus April wieder abgebucht worden ist. Ein größerer Betrag, der dann fehlt. Ich war im Minus auf meinem Konto und habe halt hier auch vier Kinder zu versorgen. Ja, blöd. Sie ruft bei der Rentenversicherung an. Ja, und die wird ihr erzählt haben, ja, wir wissen auch, dass sie tot sind und deswegen kriegen sie von uns keine Witwenrente mehr. Aber dann müsst ihr doch die Kinderwaisenrente kriegen. Abgesehen davon vier Kinder. Äh, da müsste doch mal jemand auf den Gedanken kommen, nachzugucken, ob da irgendein alles richtig ist. Hier, ihr seid doch nicht mehr ganz... Ah, 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 Behörden. Die sagt allerdings, dass die Rentenkasse zuständig sei. Gut, sie ruft bei der Rentenkasse an. Und die sagt dann, nein, die anderen sind wieder zuständig. Das ist wieder hin und her, das kennt man. Eine von der Rentenkasse hat mir gesagt, dass sie die Info bekommen hat, dass ich am 28.03. verstorben bin. Schön, dass ich jetzt endlich mein Sterbedatum kenne. Es kommt ein Brief von der Bank. Der geht an die Erben von Frau Reinecke. Ja, genau, die Erben von Frau Reinecke. Die, äh, die sei mal dies. Nachlasspost mit Beileidsbekundungen. Also, hey, da fehlen einem die Worte. Da kann man nur noch sagen, hey, ich lebe noch. Und Ikea hat auch geschrieben. Wegen einer negativen Schufa-Auskunft sei nun ihre Ikea-Karte gesperrt. Ja gut, wenn sie tot wäre, wäre ihr das ja egal. Aber da sie ja nicht tot ist, kann es ihr nicht egal sein. Also, wenn ihr für tot erklärt werdet, ich sag euch, das zieht einen riesen Rattenschwanz hinterher. Bis ihr das wieder auf die Reihe gebracht habt, das dauert. Das ist unmöglich. Mein Tod scheint sich sehr schnell rumgesprochen zu haben und scheint einiges nach sich zu ziehen. Und nochmal Post. Diesmal von der Rentenversicherung. Ihnen sei da wohl ein kleiner Fehler unterlaufen. Leider wurde die Witwenrente versehentlich eingestellt. Die Ursache ist ein menschlicher Fehler, der eigentlich nicht passieren sollte. Es tut uns wirklich leid, dass dadurch Unannehmlichkeiten entstanden sind. Moment, da hat die Rentenkasse weiter gemeldet, dass sie tot ist. So, das ist eine Unannehmlichkeit. Die würde ich verklagen, die würde ich bis auf die Hose ausziehen. Die Unterhose, also die Mitarbeiter, die das gepapriziert haben, nicht die Rentenkasse. Weil das ist ja wohl mal der absolute Gag. Wie gesagt, das zieht einen riesen Rattenschwanz hinterher. Das kann Leben ruinieren. Das ist ja zwar makaber, weil es um den Tod geht, aber das kann Leben ruinieren. Unannehmlichkeit ist gut. Alle erklären mich für tot und ich komme nicht an mein Geld. Das ist schon richtig blöd. Naja, jetzt hat die Rentenversicherung die Witwenrente ja wieder zurückgebucht. Und Frau Reinecke gilt nun auch offiziell wieder als lebendig. Ach, wie schön. Dann kann sie sich freuen. Jetzt ist sie wieder am Leben. Hoffentlich hat sie die anderen Sachen auch alle auf die Reihe gebracht wieder. Tja, so eine Wiederaufferstehung kann ganz schön stressig sein. Ja, stimmt. Also, wie gesagt, wenn ihr sterbt, das wird erst mal, wenn die Konten gesperrt sind. Im schlimmsten Fall, wenn ihr eine Mietwohnung habt und das geht auch an den Vermieter weiter. Das kann sein, dass ihr die Wohnung gekündigt bekommt, ohne dass ihr was dagegen machen könnt erst mal. Und das zieht ihr dann auch nach, weil Wohnung gekündigt. Wenn ihr bei einer Wohnungsbaugesellschaft zum Beispiel seid, wird die Wohnung vielleicht schon weiter vermietet, während ihr noch drinnen wohnt und darüber umkämpft, wieder als Leben zu gelten. Also, da müsst ihr ganz vorsichtig sein. Das ist ganz übel. Ganz, ganz übel enden. Und solch ein Behördenwahnsinn, also, sowas kann, glaube ich, nur in Deutschland passieren. Na gut, okay, nicht nur in Deutschland. Ich kenne auch ein paar andere Länder, bei denen das passieren könnte. Aber gut, okay, lassen wir das. Aber erst mal ein Dankeschön an den Minato natürlich für den Vorschlag dieser tollen Folge. Ich finde es schön und ich konnte mich zwar jetzt nicht ganz so toll aufregen, aber ich konnte die Dame voll aus verstehen und konnte nachvollziehen, wie es ihr gegangen ist. Gerade, weil ich das halt im näheren Kreis halt vor kurzem erlebt habe. Oder vor kurzem ist es schon ein bisschen her, aber vor einiger Zeit erlebt habe, was das alles mit sich bringt, wenn man stirbt. Oder, naja, und wenn man dann halt nicht stirbt, sondern das eigentlich ein Fehler ist, dann kann das Ganze natürlich auch ganz schön was hinterherziehen. Gut, ähm, wenn ihr mir, äh, oder wenn euch die Folge mit mir zusammen hier gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine entsprechende Reaktion eurerseits freuen. Like, Abo, Glocke, wie auch immer. Hier wird es jetzt gleich eingeblendet werden oder läuft jetzt auch gerade. Ähm, ja, ich habe da jetzt einen Anblick. Deswegen sage ich das immer so gern. Weil ich habe, äh, ich finde das toll, dass ich das hingekriegt habe. Und, ja, wenn ihr Anregungen habt, was ich verbessern könnte, weil euch irgendwas nicht so ganz so gefallen hat mit dem, was ich gemacht habe. Oder ihr sagt, hey, das war toll, das möchte ich dir mal sagen. Mach weiter so. Könnt ihr das auch machen. Aber auch wenn ihr einen Vorschlag habt, zum Beispiel, hey, ich habe da ein tolles Format gefunden, was du vielleicht mal reacten könntest. Dann habt ihr mit unten in die Kommentare. Dann, ähm, schaue ich mir an, ob das Reakt, also ob man das reacten darf. Und dann reacten wir das zusammen. Und wenn ihr das Originalvideo sehen wollt, fällt mir gerade ein, habe ich beim letzten Video vergessen, weil das Originalvideo, ähm, euch ohne meine Kommentare angucken wollt, unten in der Videobeschreibung ist das Ganze verlinkt. Da sind auch noch ein paar andere Links, so zum Beispiel, ähm, zu meinem Twitch-Kanal, auf dem ich das Ganze live reakte. Und da könnt ihr dann mitgucken und, ähm, kriegt das Ganze mit. So, und, ähm, ja, was mir dann jetzt noch bleibt, ist, euch einen schönen Tag, Abend, Woche, Monat, wie auch immer zu wünschen und Tschüss zu sagen, eure Josi. Und da, wie auch immer zu wünschen, eure Leute, euch auch immer zu wünschen. Und da, wie 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 auch immer zu wünschen. Vielen Dank.